Geld geblieben, was sie in den Scheiß überwiesen haben. Ich habe kein Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie denn in Kopf mit normalen? Unverschämt werden mir so eine Frage gestellt. Ich schaue ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Das ist eine unverschämt. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckiges. Schicken Sie mir den Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch kein Geld nicht weiter überwiesen. Dreckschwein. So was unverschämt. Das habe ich noch nicht erlebt. Was fällt Ihnen überhaupt an, mir so eine Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein, mir so etwas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Haben Sie einen Grund? Wie das zu sagen? Dann hätten Sie mich gerüstet.